Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in diesen Feiertag reingestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 20.600 US-Dollar. Wenig Bewegung an den Märkten. Trotzdem gibt es einige Punkte zu besprechen, was ich jetzt für den laufenden Tag heute erwarte. Was eventuell noch bei den Altcoins interessant wird. Dazu schauen wir uns auf jeden Fall Kusama, Filecoin und Lixe. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen an, nachdem ich das gestern vergessen habe. Aber keine Sorge, ich gehe immer die Kommentare durch. Also wenn ihr irgendwelche Altcoins habt, schreibt sie unten gerne in die Kommentare. Und wer noch nicht in der Telegram-Gruppe ist, kommt gerne dazu, joint dazu. Kommen immer mehr Setups jetzt auch in diese Gruppe zusätzlich, die wir hier reinposten. Gestern schon drei reingepostet. Ich versuche jetzt täglich hier auch ein, zwei Setups auch nochmal zusätzlich reinzuposten. Gut, genug Eigenwerbung gemacht. Jetzt würde ich sagen, starten wir durch. Wie gesagt, 20.600 US-Dollar. Wir haben ein höheres Tief erst einmal gebildet. RSI, ein tieferes Tief. Das heißt, wir haben schon mal eine Hidden Bullish Divergence, zumindest auf den kleineren Timeframes momentan. An sich weiterhin starke Konsolidierung. Wir können weiterhin grundsätzlich sagen, okay, wir hätten hier die Möglichkeit eines Ascending Triangle. Ihr wisst, ich bin kein Pattern-Fan. Wir können das aber erst einmal so drinnen lassen. Morgen dann um 19 Uhr FED-Zinsentscheid. Wie gesagt, die 75 Basispunkte sind eingepreist. Ich erwarte zumindest, wenn die Zahlen rauskommen, stärkere Volatilität in der Stunde. Das heißt, wir könnten wirklich, sollten wir nicht heute noch diese 21.000 US-Dollar rausnehmen, morgen dann einfach diesen WIC kriegen und dann möglicherweise in Richtung 19.300 US-Dollar runtergehen. Aber um jetzt erstmal auf die kurzfristigen Timeframes zu gucken. Wir haben einerseits hier unten eine Volumenansammlung bei ungefähr 20.200, wo wir gestern unser Tief gefunden haben. Aber auch andererseits weiterhin hier oben eben diese 21.100 US-Dollar. Und für mich wäre es persönlich wünschenswerter, wenn wir hier erst nochmal hochgehen in den Bereich der 21.100 beziehungsweise maximal 21.500, um möglicherweise hier oben noch ein bisschen die Shorts rauszurecken, bevor wir dann die Korrektur nach unten hin ansetzen. Und jetzt mache ich mal was, was etwas ungewöhnlich ist. Und zwar, ihr seht hier unten diesen WIC bei 18k. Wir ziehen jetzt einfach mal das FIP-Level bis zu unserem jetzigen Hoch. Da seht ihr, okay, wir haben das Golden Pocket bei ungefähr 19.200 bis 19.000 US-Dollar. So, jetzt müsst ihr aber euch daran erinnern, denkt mal an den Binance-Chart zurück. Wir hatten unser Tief bei Binance, wo die ganze Liquidität auch liegt, bei 18.200. Deswegen nehmen wir das FIP hier mal auf ungefähr 18.200. Und dann seht ihr, okay, das Golden Pocket passt perfekt mit unseren Vector-Candles überein. Also die 19.300 bis 19.200 US-Dollar. Und deswegen lasse ich das jetzt erst einmal so angezogen. Da, wo die Liquidität liegt, auf Binance, da liegt auch im Endeffekt dann auch das Golden Pocket. Und damit passt es hier deutlich, deutlich besser überein. Und das ist auch der Grund, warum ich wahrscheinlich in dem Bereich der 19.700 die erste Long-Position platziere und dann nach unten möglicherweise hier nochmal ein bisschen auffrische. Das ist zumindest momentan bei der Plan, sollten wir die Korrektur kriegen. Es laufen weiterhin Bitcoin-Short, Elrond-Short, Ethereum-Short weiterhin im Profit bzw. 50% rausgenommen. ICP-Swing-Trade läuft auch noch, wo die ersten Profite genommen wurden. Wie gesagt, neue Short-Positionen würde ich mir hier oben eben in dieser Ineffizienz, die immer noch nicht ganz geholt wurde. Also wir haben hier immer noch minimal eine Ineffizienz, die wir auf jeden Fall noch holen könnten. Sollten wir da reinkommen, werde ich hier oben wahrscheinlich dann irgendwann nochmal eine Short-Order platzieren. Werde ich dann aber auch noch, wie gesagt, in die Telegram-Gruppe reinschicken. Link unten in der Videobeschreibung. Ja, das war es im Endeffekt zu Bitcoin. Wir haben noch auf dem kleineren Time-Frame, das kann ich nochmal ganz kurz dazu zeigen, wir haben auf dem kleineren Time-Frame hier noch diese Ineffizienz rausgenommen. Das sieht man hier ganz gut. Ich zeichne euch die mal noch ganz kurz ein. Hier hatten wir unsere Ineffizienz. Die wurde auf den Dollar genau jetzt erstmal abgeholt, aber wir konsolidieren hier noch relativ stark. Also ein richtiger Short-Impuls ist hier noch nicht reingekommen. Und man sieht auch, es kam sehr viel Buying-Volumen hier unten eben nochmal rein. Also für mich momentan eher die Chance, dass wir hier nochmal hochgehen, anstatt, dass wir jetzt im Endeffekt diesen Trend nach unten hin brechen. Gut, dann schauen wir uns Ethereum an. Ethereum im Endeffekt auch in einem aufsteigenden Kanal. Das sieht man hier ganz gut. Zwei parallel verlaufende Linien, also Abtrenn-Kanal, um es mal kurz zu sagen. Auch hier hält der Trend. Wir haben niedrigeren RSI, wir bilden aber höhere Hochs. Volumen weiterhin abnehmend. Hier im Endeffekt das gleiche Spiel. Wir haben die Ineffizienz auf den kleineren Time-Frames rausgenommen. Auch hier gehe ich weiterhin davon aus, dass wir uns zumindest nochmal den Bereich hier in die Region um 1700 US Rest-Dollar nochmal fischen können. Würde einfach meines Erachtens besser dazu passen. Einerseits, weil hier oben noch die Ineffizienz bei 1680. Dann noch minimal höher in dem Bereich der 1700. Wäre momentan weiterhin für mich einfach so dieser Short-Impuls. Ich bin noch am überlegen, ob ich die Short-Orders, die wir offen haben, auf Stop-Loss-Entry mache. Aber ich glaube, ich mache es eher nicht, weil der Entry einfach zu gut ist. Aber gut, momentan lasse ich die auf jeden Fall noch laufen mit dem restlichen Budget, was drin ist. Aber auch hier schöner erstmal bei uns hier auf diesen Abtrend, beziehungsweise auf diesen aufsteigenden Kanal. Höhere Hochs sind weiterhin wahrscheinlich, um die Liquidität eben hier oben nochmal zu fischen. Die am Wochenende, haben wir ja gestern schon drüber gesprochen, gebildet wurde, weil am Wochenende sehr, sehr viel Short-Selling-Pressure hier reinkam. Und dann eben am Samstag, beziehungsweise Sonntag, dann ist der Abverkauf in Richtung Montag. Gut, dann haben wir noch BNB. BNB, wie gesagt, habe ich ja gestern schon dazu gesagt, ist momentan noch kein Short-Zeitpunkt gekommen. Meines Erachtens nach, weil wir einfach hier oben noch dieses hohe Volumen-Cluster hier oben haben, mit dieser krassen Volumen-Candle, die noch nicht abgefischt wurde. Hier war ich weiterhin eher auf den 15-Minuten-Chart. Aber gleichzeitig muss natürlich Bitcoin im Auge behalten werden. Sollten wir bei Bitcoin die 21k rausnehmen, sehen wir BNB auch nochmal höher. Und deswegen momentan keine Limit-Order hier reingestellt. Dann schauen wir mal eure Wünsche an. Und da möchte ich zuerst auf Kusama eingehen. Und zwar haben wir hier auch ein riesiges Falling-Redge-Chart-Pattern. Was momentan in einer schönen Buy-Zone hier, sieht man es ganz gut in der Vergangenheit, im September 2020, sehr, sehr viel entweder Widerstand oder Support in dieser Area. Und genau dort befinden wir uns jetzt momentan wieder. Also auch hier als zusätzlichen Altcoin-Tipp möglicherweise, auch hier möglicherweise Spot-mäßig reinkaufen und dann die ersten Profite nach oben hinnehmen. Also vom Falling-Red-Share-Muster-Chart-Pattern, abfallendes Volumen. Was ich mir aber hier noch vielleicht wünschen würde, auf dem Daily-Chart nochmal ein minimal tieferes Tief und dann erst eben dieses Breakout nach oben hat den Aspekt, wir haben hier noch keine Bullish-Divergence auf dem Daily. Auf dem Weekly haben wir die, aber auf dem Daily noch nicht. Deswegen auf dem Daily wäre es vielleicht noch ganz gut, aber ich meine, das sind minimale Prozente. Also jetzt hier den Einstieg wegen 1-2% zu verschieben, Spot-mäßig, mache ich nicht. Also kann ich ganz klar davon abraten, nur wegen 1-2% jetzt hier nochmal drauf zu warten, dass wir hier nochmal ein tieferes Tief bilden. Aber ansonsten wäre hier so die Region, mal hier oben die Ineffizienz hier in diesem Bereich bei 57 Dollar das Ziel. Wir schauen mal noch ganz kurz das FIP-Level. Würde wahrscheinlich auch fast genau zu eben dieser Ineffizienz passen. Also Ziel wäre dann erstmal die 55 US-Dollar und dann schauen wir mal, das wären ungefähr 60% Pump. Ist nicht unwahrscheinlich, wir haben es bei vielen Altcoins schon gesehen. Dann Lixe, ich hoffe ich spreche es richtig aus, nochmal. Hatten wir hier ein schönes Breakout aus diesem kleinen doppelten Boden. Retest momentan mit Abgreifen dieses Hochs. Ineffizienz wurde noch nicht gefüllt. Wir haben aber einen sehr, sehr hohen RSI mit aber keiner Bearish Divergence, zumindest auf dem Daily Chart momentan. Das heißt, wir könnten jetzt hier erstmal nochmal ein bisschen konsolidieren, bevor wir dann die Ineffizienz bei ungefähr 10,17 Dollar abgreifen. Dann hätten wir einen Doppeltop mit einer Bearish Divergence und das wäre dann eher so ein Short Impulse Long. Momentan wären wir hier einfach zu risky. Ich kenne den Coin nicht, spotmäßig wären aber hier auf jeden Fall die Profite bei, ich sage es mal, 10,09 bis 10,07 auf jeden Fall angesagt. Auf dem 4-Stunden-Timeframe sind wir natürlich schon fast überverkauft mittlerweile. Es würde dann dazu sprechen, noch ein bisschen Konsolidierung und dann eben dieses Doppeltop mit Liquidität auf dem 4-Stunden-Chart hier oben abzugreifen. Dann wurde sich noch Filecoin gewünscht, auch sehr, sehr interessant. Wo haben wir es denn? Filecoin haben wir hier. Auch hier Blick auf den Daily Chart erst einmal. Hier sind wir zumindest schon mal ausgebrochen auf dem normalen Chart. So, jetzt will ich euch aber auch nochmal was anderes zeigen und zwar den Logarithmic Chart. Im Endeffekt, Logarithmic Chart, ihr wisst, was ich meine. Hier haben wir noch keinen Breakout gesehen. Man sieht es ja ganz gut auf dem logarithmischen Chart. Weiterhin Downtrend. Wir konsolidieren hier in dieser Buying-Zone, die wir hier unten angezeigt haben und schon des Öfteren getroffen haben. Also auch hier bereits der Entry festgestellt. Sieht ganz gut aus. Sollten wir hier ausbrechen, wäre auf jeden Fall das erste Ziel, die Indefizienz hier oben bei ungefähr 11 Dollar. Also das wäre ein über 100% Pump, der hier möglich ist, wenn man hier möglicherweise noch Spot einsteigen will. Aber wie gesagt, auf dem normalen Chart sieht mir das nicht so schön aus mit dem Downtrend. Auf dem logarithmischen Chart sieht es deutlich, deutlich besser aus. Also das auf jeden Fall mal im Auge behalten, auch für einen möglichen Swing-Trade. Oder auf jeden Fall spotmäßig hier etwas mitzunehmen. Gut, das war es von meiner Seite. Wir schauen uns noch ganz kurz die News an. Twitter-Gründer startet Warteliste für dezentrale Social-Media-Plattform BlueSky. Also Twitter tut sich was. Nach dem Kauf von Elon Musk wird sich da auch immer mehr tun wahrscheinlich. Jack Dorsey ist ja auch weiterhin, sag ich mal, im Cryptospace unterwegs. Also gerne den Artikel lesen, werde ich euch später noch in die Telegram-Gruppe posten. Und wer noch auf der Suche nach einem Hardware-Wallet ist, schaut euch mal Alipal Titan an. Habe ich auch schon angeschrieben, ob sie mir mal da ein Produkt irgendwie zukommen lassen können. Auch um eins zu verlosen. Also hätte ich richtig Bock drauf, das mal zu testen. Ist noch sehr, sehr unbekannt, aber nutzt eine ganz andere Technologie. Also schaut euch das gerne mal an. Link, beziehungsweise einfach bei CryptoGuru müsste der zweite Artikel sein. Also Jonas hat sich da mega viel Zeit für genommen. Also schaut euch den Artikel gerne an. Und wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, schreibt einfach auch in die CryptoGuru-Gruppe gerne rein. Ansonsten, wie gesagt, kommt gerne in die Telegram-Gruppe, wenn ihr Bock drauf habt für Austausch oder mehr und mehr Charts und sowas. Könnt auch jederzeit eure Fragen reinstellen. Würde ich mich darüber freuen, wenn wir uns da drin sehen. Ansonsten war es das von meiner Seite. Wir hören uns dann morgen, ich denke mal mittags dann zu einem Update-Video wieder. Eventuell morgen Livestream. Aber ich weiß nicht, ob ich euch das antun will. Nur wegen so einem Fettzinsentscheid. Wenn ihr Bock drauf habt, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Feiertag, wer einen hat. Lasst es euch gut gehen. Bis morgen. Ciao, ciao. Stay Crypto.